So, jetzt noch kurz Kontoauszüge und Geld holen. Ach, da draußen ist ein Kind. Der Weltspartag früher. Mama, ein Automat mit Augen! Hallo! Hier, dein Sparschwein. Jetzt gucken wir mal, wie viel Geld du gesammelt hast und wie viel da drin ist. Boah, das ist ja so viel Geld. Das kommt alles auf mein Sparbuch. Und dann kaufe ich mir so viele coole Spielsachen. Hier, dein Sparschwein zurück. Welches Tier möchtest du denn haben? Ich will den Elch. Bitteschön. Und ein Schnacksklubheft. Danke! Tschüss! Tschüss! Oh Mann, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich muss unbedingt noch Verträge unterschreiben fürs Online-Banking bei der Sparkasse.